Ein Projekt ist ein zielgerichtetes einmaliges Vorhaben, das aus einem Satz von abgestimmten, gelenkten Tätigkeiten mit Anfangs- und Endermin besteht und durchgeführt wird, um unter Berücksichtigung von Zwängen bezüglich Zeit, Ressourcen und Qualität ein Ziel zu erreichen. Projekt leitet sich ab von Lateinisch Projektum neutrum zu Projektus nach vorn geworfen, Partizip perfekt von Prus Eric vorwärts werfen. Bei Projekten wird unter nach vorn eine zeitliche Dimension verstanden. Das deutsche Wort kommt im späteren 17. Jahrhundert in Gebrauch in der Bedeutung Bauvorhaben. Zur Durchführung von Projekten werden häufig Projektteams gebildet, denen Steuerungsaufgaben obliegen. Um dieses Projektmanagement effizient zu gestalten, werden von Beratungsfirmen und Hochschulen spezielle Lehrgänge angeboten. Viele Projektmanagementlehren empfehlen, dass die Ziele bzw. Zielvorgaben eines Projektes nach den SMART-Regeln vorab formuliert werden. Für Forschungsprojekte gilt dies aber nur bedingt. Das Projektziel bestimmt das strategische Vorgehen, dies bestimmt die nötigen Prozesse, Tätigkeiten und die hilfreiche Grundstruktur, welche den Umgang mit den Ressourcen bestimmen. Definition Aus Sicht des Arbeitsstudiums, welches menschliche Arbeit in Organisationen untersucht, wird der Begriff Projekt in verschiedenen Quellen ähnlich definiert. Eine Aufgabenstellung kann und sollte in der Regel als Projekt betrachtet werden, sofern das zu lösende Problem relativ komplex erscheint. Der Lösungsweg zunächst unbekannt ist. Eine Zielrichtung und ein Zeitrahmen vorliegen und oder bereichsfachübergreifende Zusammenarbeit erforderlich ist. Die Komplexität des Problems liegt beispielsweise darin, dass es eine Vielzahl von Lösungswegen gibt, deren Erfolg zu Projektbeginn unbekannt ist. Das Ziel bei genauer Analyse widersprüchliche Teilziele enthält, die involvierten bzw. zusammenarbeitenden Organisationen oder Instanzen unterschiedlichen Sachlogiken gehorchen. Zwischen den einzelnen Maßnahmen zur Zielerreichung vielfältige Wechselwirkungen bestehen. Meist wirken alle diese Faktoren zusammen. Die Gesamtheit der Tätigkeiten, die mit der erfolgreichen Abwicklung eines Projektes zusammenhängen, münden in einen Regelkreis zur Steuerung von Projekten. Wichtig sind verlässliche Anfangs- und Endarten zur Planung des Vorhabens und Zusagen für die benötigten Ressourcen im Rahmen eines Projektplans. Im Rahmen großer Investitions- und Bauvorhaben verwenden Engineering und Projektgesellschaften spezielle Projektkontenrahmen und Vorhabensorientierte Projektkontenpläne zur leistungsgerechten Strukturierung der Projektpläne und zur ordnungsgemäßen Erfassung und Abrechnung der Planungs- und Bauleistungen. In der Regel birgt ein Projekt im Gegensatz zur regelmäßigen, stets ähnlich durchgeführten, großteils identischen Vorhaben, meist ein höheres Risiko des Scheiterns und wird in einer speziellen und befristeten Organisationsform, der sogenannten Projektorganisation, abgewickelt, innerhalb derer auf das Ziel hingearbeitet wird. Typische Projekte sind Produktentwicklungsorganisations-EDV, Sanierungs- oder Bauprojekte. Organisationen, die regelmäßig ähnliche Projekte durchführen, sollten bestrebt sein, diese zu Produkten weiterzuentwickeln. Dies wird selten uneingeschränkt möglich sein. Jedoch ist eine Standardisierung des Vorgehens, die den Lerneffekt aus vorangegangenen Projekten wieder in neue Projekte einfließen lässt. Ein Vorteil gegenüber einer ständigen Neuerfindung des Rades. Diese Standardisierung äußert sich in der Regel in definierten Prozessen, in denen neue Projekte angegangen werden, sowie in vorhandenen Schablonen für Dokumentationen etc., die zwar gegebenenfalls projektspezifisch angepasst werden, jedoch bereits die Punkte enthalten, die aus Erfahrung nicht vergessen werden sollten. Projekt in der Didaktik Neben Projekten im Wirtschaftsbereich gibt es Projekte im Pädagogikbereich mit einer andersartigen Definition und Aufgabenstellung. Diese wurden bereits zu Anfang des 20. Jahrhunderts von John Dewey, William Hurt, Kilpett, Riku, a. als Gegenentwurf zum Kopfbetonten Frontalunterricht entwickelt. Es handelt sich um Lehr- und Lernformen, mit denen bestimmte Unterrichts- und Erziehungsziele erreicht werden sollen. Als didaktische Konzeptionen werden sie einerseits lediglich als Methode, andererseits als eine sozial-integrative Unterrichtsform verstanden und eingesetzt, bei der die Impulse der Lernprozesse nicht vom Lehrer allein ausgehen, sondern in Interessenabstimmung von der gesamten Lehr- und Lerngemeinschaft gestaltet werden. Bei dem Verständnis als komplexer Unterrichtsform werden neben den Lernwegen und der Organisation des Unterrichts auch die Inhalte, Ziele, Begründungsfragen und Lernerfolgskontrollen der Lernprozesse miteinander ausgehandelt und gemeinsam verantwortet. Erste die anspruchsvollere Form des Projektunterricht durch bestimmte harte Kriterien definiert. So hat der projektorientierte Unterricht die Funktion, methodisch und motivational auf ihn hinzuarbeiten. Dabei wird von bestimmten Fächern ausgegangen, die sich einer interdisziplinären Kooperation öffnen, etwa als projektorientierter Physik, Deutsch- oder Sportunterricht. Beide Unterrichtsformen werden vereinfachend auch bisweilen als Projektarbeit bezeichnet. Umgangssprachliche Bedeutung Umgangssprachliche Bedeutung Nicht konform im Sinne der zeitlichen Begrenztheit, jedoch im Sinne der thematisch-organisatorischen Abgrenzung vom Normalfall, also mit der Bedeutung, dass es etwas Besonderes sei. Dabei verwendet man die Bezeichnung Projekt auch, um alternative Lebensweisen, karitative Einrichtungen oder gemeinnützige Organisationen etc. zu beschreiben. ZB Wohnprojekt oder Arbeitslosenprojekt Die in diesen Bereichen häufig vorzufindende sogenannte Projektfinanzierung der öffentlichen Hand für begrenzte, allerdings immer wieder neu zu bindtragende Vorhaben hat diese Namenskonvention wohl begünstigt, einen noch nicht abgeschlossenen Prozess der Entwicklung zu benennen. Etwas Neues im Bereich Kunst zu bezeichnen, so bezeichnen sich viele junge Musikgruppen als Projekt. Punkt. Sprachwörterbücher definieren Projekte eher in diesem allgemeineren Sinn als Planung, Unternehmung, Entwurf oder Vorhaben. In der psychosozialen Betreuung und der sozialen Arbeit werden Angebote oft ebenfalls als Projekte bezeichnet, auch wenn sie von vorhinein als dauerhaft oder wiederkehrend konzipiert werden, unabhängig von deren Finanzierung. Projektdaten Projekte können nach folgenden Gliederungskriterien klassifiziert differenziert werden. Die individuellen Besonderheiten in diesen Projektarten führten in der Projektorganisation zur Entwicklung spezieller Vorgehensweisen und Bearbeitungstechniken Inhalt Wirtschaftszweigbranche Bauprojekte Investitionsprojekte IT-Projekte Softwareentwicklungsprojekte Produktentwicklungsprojekte Innovationsprojekte Forschungs- und Entwicklungsprojekte Lernprojekte Didaktische Projekte Organisationsprojekte Logistikprojekte Qualitätsprojekte Methodenprojekte Marketingprojekte Kulturprojekte Musikprojekte Inszenierungen Ausstellungen Anlassvorprojekte Planungsprojekte Neuentwicklung oder Wartungsprojekte Migrationsprojekte Beteiligung bzw. Initiierung Interne Projekte Abteilungsinterne Projekte Abteilungsübergreifende Projekte Externe Projekte Kundenprojekte Unternehmensübergreifende Projekte Komplexität Kleinprojekte Projekte Großprojekte Programme Wiederholungsgrad Pionierprojekte Routineprojekte Rollen in Projekten Projektauftraggeber Projektentscheider Projektleiter Projektmanager Fachentscheider Teilprojektleiter Requirements Engineer Planung und Controlling Manager Usability Manager Projektmitarbeiter Ihre Gesamtheit ist gleich Projektteam Steering Committee Projektlenkungsausschuss Review Team Tätigkeitsbasierte Rollen wie Architekt Programmierer Tester Je nach Projektsituation können bestimmte Rollen in Personalunion besetzt sein Mitarbeiter können gegebenenfalls auch gleichzeitig in mehreren Projekten tätig sein Projektmanager 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 Vielen Dank.